Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es mal wieder die nächsten Highlights und zwar vom Solo-Plattform-Cup, den ich am Mittwoch gespielt habe. Das Video kommt jetzt erst heute, weil in den letzten Tagen tatsächlich mal wieder ein paar News zu Fortnite waren. Ich habe heute auch noch den Solo-Summer-Smash-Cup gespielt. Lief tatsächlich ganz gut, habe ich allerdings leider nicht aufgenommen. Ihr habt morgen dazu auch nochmal die Möglichkeit, den zu spielen. Das heißt, wenn ihr die Chance auf einen kostenlosen Skin haben wollt, dann müsst ihr eure Server auf Asien oder Ozeanien stellen und dann könnt ihr das auch spielen, morgen von 9 bis 12 Uhr wieder. Das Ganze lohnt sich auf jeden Fall. Und ich hoffe, euch gefällt auf jeden Fall dieses Video. Lasst natürlich gerne ein Abo da, außerdem wird kommentiert und teilt dieses Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute wahrscheinlich auch streamen. Und dann viel Spaß mit den Highlights. Damit nicht zu geheimen Loot, was da hätte drin sein können. Ruhig gehen raus an RNG Und das andere Ende von Weeping. Ja, sicher doch. Ja! Digga, wie konnte er mich dort treffen? Ach Digga, ich wollte mir den Kill gönnen. Ok. Okay. Es gab mich. Ja! Das war's. Oh, sehr schön. Von einem Pistol-Emmo habe ich immer noch richtig viel. Alter. Och, Digger. Natürlich hat er nicht Spaß. Come, Ken. Okay. 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 No way.